Unter dem Titel Das Größte auf der Welt präsentierte Francesco seine dritte CD in Marz. Seinen heimatlichen Wurzeln treu geblieben ist Francesco auch bei der Produktion seines aktuellsten Albums Das Größte auf der Welt mit der Hitsingle Wenn du an mich denken musst der Umwelt seines Hauses mit Blue Frankisch Musik Peter Werber und seinem Team aufgenommen hat Die künstlerisch kreative Leichtigkeit mit der Francesco über die Liebe das Leben und all die schönen und schwierigen Dinge die damit verbunden sind singt hat genau das was gute Schlagermusik ausmacht Ein beschwingtes Lebensgefühl Begeisterung für die Musik und das damit verbundene Talent alles ein wenig leichter zu leben Das Größte auf der Welt ein sehr gelungenes Stück Schlagermusik präsentiert von einem Sänger der seine Begeisterung für die Liebe und das Leben auf der Zunge trägt Den namensgebenden Track möchte ich sagen das Album heißt das Größte auf der Welt und der nächste Song heißt das Größte auf der Welt Stimmt Und warum bist du dann noch hier? Ich kann's nicht verstehen Ich kann's nicht verstehen Und diesen Jans in deinen Augen kennst du Er war noch mal so nass wie unser erster Jugend Und Doch du bist immer noch das Größte auf der Welt Der nächste Song Und zwar Wir bleiben ja locker Wir bleiben ja locker Wir sind ja locker in der CD-Präsentation Der nächste Song wurde schon 2012 aufgenommen wieder glaube ich Und zwar haben wir da einen alten Grand Prix in Südtirol mit dem Titel Und der lief auch schon auf Radio Burgen Ich vertraue Der macht der Liebe ein klassischer wunderschöner deutscher Schlag Auf geht's Tränen die Hand Ich weiß Du bist gar nicht schön Und kein Mensch der Welt möchte dich wirklich sehen Dankeschön Doch der Zug in die Himmel steigt Fährt manchmal genau doch dich Und dann sag ich mir sehr stark Denn das geht vorüber Super laut Oh Ich vertrau der Macht der Liebe Ich vertrau auf mein Gefühl Einmal Ende die Reise Die Herz die Wacken und uns leihen Was macht der Produzent außer die Kohle abgreifen Genau Also viel Geld verdienen Sitzen Krantig schauen Zigarren rauchen Irgendwas am Misch mit dem Dundur Sagen sicher nicht und sie wichtig machen und sie wichtig machen Spaß beiseite Das ganze organisieren Schauen welche Musiker was spülen Lieder organisieren Lieder schreiben Den jungen Mann dazu bequemen dass er im Studio kommt Also alles damit das was rauskommt mal eine CD werden kann Wenn du an mich denken musst und fühlst du dich allein so dann und wann dann zöger dich und ruf mich einfach an gerade dann Dann zöger dich und ruf mich einfach an und gerade dann Dankeschön! Applaus Applaus Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.